Hallo Sammlerfreunde, heute möchte ich euch meine kleine 5 Kronen Münzensammlung vorstellen. Die 5 Kronen für die österreichische Reichshälfte und die 5 Corona für die ungarische Reichshälfte wurden ab 1900 bis 1909 geprägt. Obwohl die Kronenwährung in Österreich mit einer Währungsumstellung 1892 eingeführt wurde, kam es erst im Jahr 1900 mit der endgültigen Außerkurssetzung des Guldens zur Prägung des 5 Kronennominal. Die Gulden durften doch parallel zu den Kronen im Zahlungsverkehr bis 1900 verwendet werden. Der Umrechnungsfaktor im Jahr 1892 war 2 Kronen zu einem Gulden. Im ersten Jahr der Prägung der 5 Kronen 1900 wurden 8.961.416 Exemplare geprägt. Mit dem Prägestempel der 5 Kronen 1900 wurden auch Zinkabschläge hergestellt. Wahrscheinlich dienten diese Abschläge für einen Testlauf der Stempel. Die Zinkabschläge sind sehr selten und es werden dafür Liebhaberpreise bezahlt. Die 5 Kronen oder 5 Corona wurden in 900er Silber ausgeprägt und haben einen Durchmesser von 36 mm, eine Materialstärke von 2,6 mm und ein Raugewicht von 24 Gramm. Das Feingewicht des Silbers beträgt 21,6 Gramm. Auf den Revers ist der große Wappenadler zu sehen. Mit der zweifachen Bezeichnung des Nominal 5 Corona im Feld unter dem Adler und darüber steht auf Lateinisch die Wertal und das Nominal 5 Coronae. Alle 5 Kronenmünzen der österreichischen Reichshälfte zeigen als vertiefte Randinschrift den Wahlspruch des Kaisers Viribus Unitis mit vereinten Kräften. Der Avers der ersten Ausgabe für die österreichischen Reichshälfte geprägten 5 Gulden 1900 und 1907 zeigt den Kaiser mit Lorbeerkranz nach rechts und die Umschrift Franz Josef I. von Gottes Gnaden, Kaiser von Österreich, König von Böhmen, Galizien, Illyrien, Apostolischer König von Ungarn. Von den fünf Kronen des Jahres 1907 wurden 1.539.300 Exemplare geprägt. Im folgenden Jahr 1908 prägte man 3.941.600 Exemplare. Hier handelt es sich um eine klassische Gedenkausgabe an das 60-jährige Regierungsliubiläum des Kaisers, das im Reich über das gesamte Jahr hinweg mit allen erdenklichen Veranstaltungen und Jubelfeiern gefeiert wurde, angeblich nicht immer zur Freude des Kaisers. Diese Münze zeigt auf dem Avers den bloßen Kopf des Kaisers, sein letztes Porträt, nach rechts mit der Standardlegende, die auch bei den anderen fünf Kronen verwendet wurde. Auf dem Revers ist eine nach links eilende Ruhmesgöttin, rechts mit dem gekrönten Wappenadler und links mit der Kaiserkrone. Darunter ist das Nominal zu sehen mit der lateinischen Legende Duodeciem Lustris 1848-1908 Glorioso Peractis 12 Lustren, das sind 12 mal 5 Jahresperioden, also 60 Jahre mit Auszeichnung erledigt. Im Jahr 1909 prägte man zwei unterschiedliche Typen von fünf Kronen. 1.708.800 Exemplare, auf denen der Kaiser ohne Lorbeerkranz dargestellt wird. Der erste Avers-Typ wurde vom Altmeister Medailleur Marshall entworfen. Der zweite Avers-Typ, von dem noch einmal 1.775.787 Exemplare geprägt wurden, zeigt unterhalb des Halsabschnittes des Kaisers den Namen des Medailleurs Stefan Schwarz, der diesen zweiten Entwurf geschaffen hatte. Die fünf Corona-Ausgaben für Ungarn starteten ebenfalls im Jahr 1900, mit einer Auflage von 3.840.000 Exemplaren. Alle Ausgaben für Ungarn tragen den Prägebuchstaben K.P. für die Münstädte in Kremlitz. Bei dieser Ausgabe 1900 K.P. gibt es auch Neuprägungen. Diese haben vor dem Namen des Kaisers Ferenc einen Punkt. Angeblich gibt es von diesen Neuprägungen auch polierte Platten. Ich selbst habe aber im Handel noch keine gesehen. Die Standardausgaben der fünf Corona für die Reichshälfte Ungarn wurden von dem Medailleur der Münstädte Kremlitz Josef Reisner entworfen und zeigen das Porträt des Kaisers durchgehend von 1900 bis 1909 nach rechts mit dem Lorbeerkranz und der ungarischen Legende Franz Josef I. von Gottes Gnaden, Kaiser von Österreich und apostolischer König von den Ländern Ungarn, Kroatien, Slowenien und Dalmatien. Auf dem Revers der fünf Corona ist die ungarische Stephanskrone zu sehen, die von zwei Engeln gehalten wird, darunter das Nomenal- und das Prägebuchjahr. Nach dem ersten Ausgabejahr der fünf Corona 1900 folgten weitere ungarische Ausgaben 1906 mit gerade einmal 1.263 Exemplaren. Diese ist damit die Rarität der fünf Kronen-Ausgaben überhaupt, für die klarerweise Liebhaberpreise bezahlt werden. Hin und wieder tauchen diese Raritäten im Auktionshandel auf. Will man eine haben, muss man viel Geld in die Hand nehmen. Für ein vorzügliches Exemplar kann man schon mit 3.000 bis 6.000 Euro und vielleicht auch mehr rechnen. Sitzen die Richtigen in die Auktion, kann bei so einem gesuchten und seltenen Stück eine Bieterschlacht auch schon mal ausarten. Exemplare der fünf Corona 1906 KB in sehr schön erhalten, bleiben in der Regel im Bereich 2.000 bis 3.000 Euro stehen. Auch viel Geld, aber wenn genau das Stück in der Sammlung fehlt, was bei den meisten so ist, muss man in den sauren Apfel beißen. Billiger werden diese Münzen nicht werden. Erhaltung spielt bei diesen Raritäten immer eine Rolle. Es finden sich viel eher Bieter, die für ein vorzüglich erhaltenes Exemplar viel Geld bezahlen, als für eine Münze, die unter Anführungsstrichen nur sehr schön erhalten ist. Die vorzügliche Erhaltung garantiert eher den Werterhalt und einen sicheren Verkauf als eine sehr schön erhaltene Münze, bei der man möglicherweise selbst das weniger bezahlte Geld bei einem Wiederverkauf nicht mehr erzielen kann. Falls sie überhaupt verkauft werden kann. Von den fünf Corona 1907 wurden in Kremnitz 500.221 Exemplare der Standardausgabe geprägt. 1907 wurden in Ungarn zum 40-jährigen Krönungsjubiläum des Franz Josef als ungarischer König eine 5-Kronen-Gedenk-Münzen-Ausgabe mit 300.032 Exemplaren geprägt. Auch von der 1907 KB gibt es Neubriggungen. Die habe einen Punkt vor dem Vornamen des Kaisers. Die Neubriggungen sind nicht allzu hoch bewertet, sind aber im Handel nicht wirklich existent. Zumindest ist mir noch keine aufgefallen. Das 5-Corona-Exemplar 1907 KB zum 40-jährigen ungarischen Krönungsjubiläum Franz Josef zum König von Ungarn zeigt das gleiche Porträt des Kaisers auf dem Erwerst wie die Standardmünzen, aber gefasst in eine Art Medaillon mit der Standardlegende. Der Erwerst zeigt die Darstellung der Königskrönung in Ungarn mit der ungarischen Legende zum 40. Jahrestag seiner Krönung und das Nominal 5-Corona. Im folgenden Jahr wurden von dem 5-Corona 1908 1.742.452 Exemplare geprägt und von dem 5-Corona 1909 sind insgesamt 1.298.970 Exemplare ausgegeben worden. Die Bewertung aller 5-Kronen-Ausgaben oder 5-Corona-Ausgaben abgesehen von den Zinnprägungen, den Neubriggungen und der 1906 KB starten bei etwa 30 bis 50 Euro in der Erhaltung sehr schön. In der Erhaltung vorzüglich werden die meisten 5-Corona-Ausgaben mit 80 bis 120 Euro bewertet. Am günstigsten ist noch die österreichische Ausgabe 1908, die zum 60. Regierungsjubiläum ausgegeben wurde, die in der Erhaltung vorzüglich um die 60 Euro liegt. Die am höchsten bewertete ist die Ausgabe 1909 der Marshall-Typ, der mit etwa 120 Euro in vorzüglicher Erhaltung bewertet sein wird. Die meisten Katalogpreise sind einfach Momentaufnahmen, die mit der wechselnden Wertentwicklung eines Jahres in der Regel nicht, ob jetzt nach oben oder nach unten, übereinstimmen können. Ein Blick in Händlerlisten und auf verschiedene Internetplattformen zeigt, dass die Preise für diesen Münztyp in den letzten Jahren kräftig angezogen haben. Generell kann man beobachten, dass mit den Euro-Krisensammlermünzen, hier natürlich vor allem Gold- und Silbermünzen in der Nachfrage und damit auch im Wertschlag angestiegen sind. Vor beide Zeiten, als im Jahr der Euro-Einführung die Münzen noch extrem günstig angeboten wurden. Auf einer Antikmesse 2002 hat ein Händler eine Kiste mit sicher über 100, vielleicht sogar 205 Kronen Exemplaren dabei, zu einem Stückpreis von 3 Euro. Ich habe dumme Weise als Sammler agiert und in meinem Bar in meiner Sammlung fehlende Exemplare abgekauft. Hätte ich nur etwas mehr als Anleger gedacht, hätte ich sofort alle Münzen kaufen müssen. Ich muss aber ehrlich gestehen, so viel Weitblick hatte ich nicht und dass die Münzen in den nächsten Jahren in der Nachfrage und in ihrem Wert zu steigen werden würden, hätte sich damals wohl keiner vorstellen können. Sonst hätte auch der Händler die Münzen sicher nicht in Konvolut angeboten. In der Haltung sehr schön werden heute, wenn man so auf der Suche nach den 5 Kronen der österreichischen Ausgabe ist, ab 45 Euro bis 100 Euro und mehr verlangt. Einige Ausreißer nach oben gibt es immer wieder. Ob jetzt einfache 5 Kronen mit Preisen ab 200 bis 500 Euro einen Abnehmer finden werden, bleibt dahingestellt. Interessanterweise werden im Handel teilweise für die ungarischen Ausgaben noch etwas mehr verlangt. Liegt vielleicht auch an der gestiegenen Nachfrage in Ungarn selbst. Denn seltener sind die ungarischen Ausgaben, obwohl in weit geringerer Anzahl geprägt, im Handel auf keinen Fall. Für mich als geschichtlich interessierten Sammler besonders spannend sind immer die originalen Zeitungsberichte, die einem über die zeitliche Distanz hinaus ein gesellschaftspolitisches Bild jener Zeit liefern, in der die Münzen ausgegeben wurden. Geld hatte, klarerweise wie heute auch, einen hohen Stellenwert im Staat und in der Bevölkerung. Der Herr wurde in den Zeitungen damals natürlich über jede Neuausgabe oder Veränderung der Währung ausgiebig berichtet. Die Wiener Zeitung brachte als Erste den Bericht über die Ausgabe des neuen Fünf-Kronen-Nominal der Kronenwährung am Samstag, dem 10. März 1900. Die Zeitung war so etwas wie das Verlautbarungsblatt des Kaiserhauses und der angeschlossenen Ministerien. Alle wichtigen und auch unwichtigen Meldungen des Kaiserhauses und den Staat betreffend erschienen zuerst in diesem Blatt. Die Verantwortlichen dieser Zeitung hatten sicher einen guten Draht zu den obersten Beamten des Reiches. Natürlich wird man in der Wiener Zeitung keine Kritik an irgendwelchen Bekanntmachungen oder an Adel, Militär und Beamtenschaft finden können. Wobei das auch in den anderen Blättern nur höchst selten und wenn als leichte Satire verpackt vorkommt. Zu Zeiten von Kaiser Franz Josef herrschte noch strenge Zensur und die Blätter wurden vor der Ausgabe kontrolliert. Stand eine missliebige Meldung in einer Zeitung konnte diese betreffende Ausgabe jederzeit beschlagnahmt und der Verkauf verboten werden. Die verantwortlichen Redakteure und Zeitungsbesitzer hatten damit hohen Geldstrafen oder gar mit Gerichtsverhandlungen und Gefängnis zu rechnen. Wenn sich in ihren Zeitungen des öfteren mediale Kritik am Kaiser, Kaiserhaus oder dem Hohen Adel befand. Immerhin gab es damals noch den Strafbestand dabei, es steht Beleidigung und Kaiser Franz Josef war alles andere als ein aufgeklärter Herrscher. Das illustrierte Wiener Extrablatt zeigte in seiner Abendausgabe von 12. März 1900 nur die Zeichnungen der neuen Münzen ohne weitere Berichterstattung dazu. Weder in den vorangegangenen Zeitungen noch in den darauf folgenden Ausgaben, was doch auf den ersten Blick irgendwie seltsam anmutet. Natürlich zeigte eine einzelne Zeitung nicht den Wissensstand der Bevölkerung damals und was das Volk auf der Straße von der Ausgabe des neuen Nominal schon bekannt war. Sicher wird es darüber in verschiedenen Zeitungen Monate vorher Meldungen gegeben haben, die ich aber nicht gefunden habe. Die österreichische illustrierte Zeitung erschien nur jeden Sonntag und brachte am 13. März 1900 einen detaillierten Bericht über die fünf Kronen. Leider gemischt mit anderen Meldungen. Daher habe ich mich entschlossen, wegen der besseren Ansicht diesen Bericht abzuschreiben und in eine neue Form zu setzen. Damit ist die Meldung auch viel leichter zu lesen, da es einige jüngere Sammler gibt, die mit der altdeutschen Schrift etwas Probleme haben, obwohl die Druckschrift mit etwas Leseübung eigentlich keine großen Probleme bereiten dürfte. Das Abendblatt des bester Lloyd brachte in seiner Ausgabe vom Montag, dem 27. Mai 1907, einen Bericht über die geplante Feier des Ungarischen Krönungsjubiläums am 8. Juni 1907 und die geplanten Ausgaben der 100-Kronen-Goldmünzen und der 5-Kronen-Jubiläumsausgaben für das 60. Regierungsjahr des Kaisers in Österreich 1908 und 40 Jahre König von Ungarn 1907. Am 20. Juli 1907 brachte die Neue Freie Presse einen Bericht über neue Münzbring-Gesetze, in dem auch auf den Mangel der 5-Kronen-Stücke im Umlauf hingewiesen wird. Wie schon die Österreichische Illustrierte Zeitung in ihrem Bericht vom 13. März 1900 gemeldet hatte, waren die Ausgabemengen für den Bedarf im Umlauf eigentlich zu gering, wobei auch angenommen werden kann, dass diese hochwertigen 900er-Silber-Münzen von einigen, die es sich damals leisten konnten, gehortet wurden und so diese Prägungen für den Umlauf verloren waren. Bei einer berechnenden Stückzahl von 0,35-Kronen-Münzen je Kopf in Österreich im Jahr 1900 ist klar, dass die vorhandenen Münzen, die einen Gegenwert von 2,5 Kulten darstellten, rasch vom Markt verschwanden. In Zeitungsberichten aus jener Zeit finden sich immer wieder Berichte von Verstorbenen, in deren Nachlass man auch große Mengen an Silbermünzen in Kisten gehortet fand. Das Vertrauen der Menschen damals in das Papiergeld war offensichtlich noch nicht so ausgeprägt wie heute, womit sie sicherlich Recht hatten. Die Inflation war im Kaiserreich immer ein Thema, da die Guldenwährung an das Silber- und die Kronenwährung an das Gold angelehnt war und größere Kurchschwankungen ausgelöst durch Spekulationen oder größeren Verkäufen der Edelmetalle durch Staaten sehr schnell Abwertung und Währungsprobleme auslösen konnten. Selbst große Edelmetallfonde wie neue Silberminen haben damals zu Währungskrisen geführt. Die gehorteten Edelmetallschätze sind natürlich auch nicht absolut krisensicher, aber auf lange Sicht gesehen stiegen die Preise für Gold und Silber wieder, während die alten Papiergeldscheine in der Masse höchstens aus Alpapier dienten. Noch ein interessanter Aspekt im Zuge der Wertentwicklung von Sammlermünzen und der Kaufkraftbarität einer 5-Kronen-Münze. Dabei möchte ich vorausschicken, dass es sich hierbei nur um eine Annäherung handeln kann, weil die Kosten für Arbeitsleistung und Produktion damals in der Kaiserzeit ein ganz anderes Niveau hatten als heute. Außerdem unterliegt die Kaufkraft des Euro einem starken Abwärtstrend, wie jedermann schmerzlich am eigenen Börsal sehen kann. Mit der Einführung der Krone lag der Kaufwert einer Krone etwas über 10 Euro. Die 5 Kronen, die erst ab 1900 geprägt worden waren, wären bei etwas über 50 Euro gestanden. Im Jahr 1900 mit der Prägung der ersten 5 Kronenstücke lag der Wert dieser Münze etwa um die 40 Euro. 1908 bis 1912 beendelte sich die Kaufkraft eines 5 Kronenstückes bei etwa 25 Euro ein. Während des Ersten Weltkrieges fiel der Wert eines 5 Kronenstückes auf etwa 10 Euro herab. Mit der Einführung des Schillings 1925 sank der Wert der Krone ins Bodenlose. Ein Schilling notierte bei 10.000 Kronen, was damals den Gegenwert von etwa 2,8 Euro entsprach. Dass die Silbermünzen aufgrund des Kursverfalls von der Bevölkerung gehortet und nicht umgetauscht wurden, versteht sich von selbst. Betrachtet man die Kaufkraft von 5 Kronen im Jahr 1892 mit einem ungefähren Wert von 50 Euro und den Handels und Sammlerwert der Münzen nach 131 Jahren hat sich eigentlich am Wert der Münze im Verhältnis zur aktuellen Währung nicht viel getan. Ein interessanter Gedanke bestätigt jedoch die Annahme, dass man mit den Sammeln der richtigen Münzen eine beständige Wertanlage schaffen kann. Von den Raritäten mal abgesehen, die es bei vielen Münzausgaben gibt, blieb in dem Fall bei den 5-Kronen Silbermünzen salopp ausgedrückt, in 130 Jahren ziemlich die gleiche Kaufkraft erhalten, während das Standard Papiergeld der Monarchie wertmäßig nicht mehr existent ist. 2 1 2 1 2 2 3 4 5 4 5 6 6 6 6 7 6 7